Musik 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 Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Gäste des Hauses, ich freue mich außerordentlich, dass Sie alle heute die Zeit gefunden haben, mit uns das fünfteste Jubiläum des Europacenters zu feiern. In diesem Sinne ein großes Dankeschön und herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre Europacenter. Die Stadt verändert sich, das Europacenter hat sich 50 Jahre lang verändert und wird es auch in den nächsten 50 Jahren tun. Und es vergeht kein Tag, wo man sehr, sehr viele interessante Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernt. Aber man kann jetzt sagen, jetzt fangen so ein bisschen die verbotenen, die gefährlichen Jahre und die guten Jahre an. Insofern darf ich Ihnen dieses Verkehrsschild sozusagen überreichen vom Bezirk Charlottenburg-Wömersdorf. Alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche der ganzen Mannschaft weiterhin Visionen, die Sie umsetzen zum Wohle der Stadt, zum Wohle der Kaufleute dieser Stadt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf euch im Namen der Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft City sehr herzlich zum 50. Jubiläum des Europacenter gratulieren. Im Namen der Werbegemeinschaft des neuen Kranzler-Ecks gratulieren wir dem wohl bekanntesten Wahrzeichen der City West zum runden Geburtstag. Alle Gute zum 50. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020